Und wir spielen es so ein bisschen für euch. Wir freuen uns über alle diejenigen, die im Wetter trotz und hier geblieben sind, auch dort hinten am Waldrand. Wir grüßen euch. Da vorne saß noch zwei auf der Bank, die sind weg, aber darauf nehmen wir jetzt keine Rücksicht. Seid ihr gerade erst gekommen? Ne. Ihr wart aber kurz weg. Ah, trocknen. Ach gut. Grüße auch an die VIP-Gäste vom Café. Ja, genau. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Ja. Was gibt's? Kaffee in Kuchen? Kaffee Hack. Zweimal Hack. Super. Einmal nochmal. Super. So, also wer jetzt keinen Kaffee trinkt, dann kriegt von uns ein bisschen Musik. Ich überlege gerade noch was. Ah ja, wir spielen, was können wir spielen bei Regen? Wir spielen was Schönes. Wir spielen was von den Beach Boys. Komm, wir spielen noch was von Beach Boys, oder? Dann geht die Sonne auf.